Ja hallo zu einem neuen Video vom Zentrum für Yoga. Ein paar Gedanken zum Thema Nahrungsmittel, Ernährung. Es gibt ja, ich weiß nicht, sagen wir 428.579 Ernährungsformen. In Europa sagen wir Deutschland einmal. Sieht man im Netz dieses Internets verschiedene Videos, verschiedene Werbestrategien. Wie kann ich abnehmen? Was muss ich essen? Was brauche ich für Nahrungsmittel? Man kauft Bücher über Ernährung, Diäten. Ich habe das als Kampfsportler früher alles gemacht. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt und es hat immer was gefehlt. Die meisten, die sich mit Ernährung beschäftigen, auch im Sport, kümmern sich um Vitamine, Mineralstoffe, Fette, Kohlehydrate, Eiweiße, Spurenelemente, was es alles da noch gibt. Und wie viele Menschen, so ist es auch im Yoga, wie viele Menschen beschäftigen sich mit der Energetik der Nahrung. Die Nahrungsmittel haben nicht nur einen physischen Nährwert und Nährstoffgehalt, sondern auch ein seelisch-geistiges Potenzial. Man isst, was man isst. In der genetischen Medizin werden die Nahrungsmittel auch in die fünf Elemente eingeteilt. Holz, Wasser, Feuer, Metall und Erde und auch in die sogenannten pathogenen Faktoren. Wind, Kälte, Hitze, Nässe, Trockenheit, Sommerhitze gehört noch dazu. Und was passiert, wenn ich zum Beispiel viel Fleisch esse, rotes Fleisch, rot während der chinesischen Medizin Hitze, dann werde ich zu hitzig, zu aggressiv, zu feurig. Wenn ich zu scharf esse, Chili kann gut sein, wer weiß, aber wenn ich zu viel davon esse, zu viel Kaffee trinke, dann verbrennt diese Hitze meinen Magen. Dann kriege ich eine Magenschleimhautentzündung. Ja, da soll man auch dran denken. Fleisch, sagen viele, hat Eiweiß, hat dies, hat das, hat Fette. Blablabla, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, scheint heutzutage auch noch so zu gelten, sonst gäbe es keine Wurstbuden mehr. Aber in der chinesischen Medizin wäre es Hitze, dann wird man zu feurig. Man weiß auch in der Wissenschaft, dass rotes Fleisch, Fleisch überhaupt, entzündungsfördernd ist. Rheuma zum Beispiel. In der chinesischen Medizin wäre Fleisch hitzig, rotes Fleisch. Und in Yoga-Philosophie wäre es etwas anders, das sagt man Tamas, träge machend. Nun, das sieht man, wenn man zu viel Fleisch isst, wird man zu schwer, zu dick und wird träge. In der Yoga-Philosophie sagt man, Fleisch hat kein Prana, keine Lebensenergie und würde somit für den Verdauungsprozess Lebensenergie aus dem Körper abzapfen. Nun sieht man bei vielen Fleischessern, die viel Fleisch essen, auch abgepacktes, günstiges Fleisch, billiges Fleisch, die werden träge. Nicht nur körperlich, weil sie zu viel Gewicht haben, sondern vor allen Dingen auch seelisch, geistig, dumpf und träge. Thema Bewusstsein. Somit haben Nahrungsmittel auch eine Seelenqualität. Nicht nur die Nährstoffe isst man bei einem Apfel, sondern auch das Sonnenlicht und andere energetische Eigenschaften, die dieser Apfel hat. Nun, was passiert, wenn man zu viel Gezüchtetes, Hochgezüchtetes isst, da ist nicht viel Seelenkraft dahinter. Und trotz allem beschäftigen sich die ganzen Ernährungsformen so viel oft nur mit den körperlichen, physischen Eigenschaften der Nahrung, nicht mit der Seelenqualität. Viele Dinge sind in einer Medizinrichtung hitzig, manche sind trägemachend, aber es ist nicht die goldene Mitte, die in der Seelenqualität oft erreicht wird. Menschen, die zu hitzig sind, die zu unruhig sind, trinken vielleicht viel Kaffee, essen viel Fast Food und das kann dann auf Dauer gar nicht gut sein. Ja, Energydrinks. Es hat nicht nur einen Nährstoffgehalt an Dingen, die da draufstehen, sondern eben auch einen beschleunigenden Effekt, diese Energydrinks. Deswegen trinkt man sie auch. Aber es macht den Geist auf Dauer unruhig. Es ist nicht, ich habe das jetzt abgebaut im Körper und dann ist es gut. Nein, diese Menschen werden auch von der seelischen Ebene, unruhiger werden. Hitze in der chinesischen Medizin zerstört Struktur, zu viel Kaffee zerstört die Schleimau zum Beispiel. Aber auch die Struktur des Lebens. Wenn das Leben zu schnell dreht, weil man zu hitzige Sachen, zu viel Kaffee, zu viel Red Bull trinkt und so weiter, zu scharf ist, dann verbrennt es sozusagen die Struktur des Lebens. Es muss schnell gehen. Zack hier hin, schnell da hin, schnell dies, schnell das. Und man verliert irgendwann. Das weiß man oft am Ende des Tages. Was habe ich heute gemacht? Man verliert die Struktur des Lebens. Viele Menschen hüpfen da hin, noch schnell dies, noch schnell das und das und das und das. Oder man macht etwas, Handy, dies, da hört man was, da ans Telefon, da dies, da Computer, da blablabla. Und man hat keine Struktur. Und wie in einem anderen Video schon gesagt, Nahrung ist auch ein Heilmittel. Das A und das O. Könnt ihr euch mal anschauen auf meinem YouTube-Kanal. Hat es vielerlei Bedeutungen. Nicht nur Nährstoff und dann muss ich abnehmen, dann esse ich dies und das beschleunigt den Stoffwechsel. Ja, alles gut. Aber man sieht, die Menschen werden nicht gesünder, die Menschen werden nicht ruhiger, die Menschen werden nicht fröhlicher, weil sie eben keine so guten Dinge essen. Trotz dieses ganzen Wissens an Ernährungsformen, Wissenschaften und dies und das und Ayurveda-Ernährung, chinesische Ernährung und nach 5 Elementen, nach 10 Elementen, nach 38 Elementen. Ja, viele Sachen, aber es wird oft diese seelische Qualität vernachlässigt. Und hier könnte man wieder ein bisschen aufbauen, hingucken, hinschauen, mitmachen, spüren, was macht diese Nahrung mit mir? Viele sagen mir, wenn ich sage, was ich im Yoga esse, da isst man dies nicht, jenes nicht, welches nicht, oh, dann fehlen dir dies, dann fehlt dir das, dann hast du kein Omega 3, kein Omega 48, dann fehlt dir etwas, was isst du denn dann? Und dann, ja, ich habe immer gesagt, dann sage ich dann immer noch, werde ich auch in Zukunft sagen, die Yogis sind die, die am meisten lachen, die am meisten strahlen, die am meisten gut drauf sind. Und die haben keine Wissenschaft, in dem Sinne der modernen Wissenschaft, sondern eine andere Art von Wissenschaft. Und die lachen, sind gut drauf, sind gesund. Und was gibt es mehr, als das, was man wirklich objektiv sieht? Und die Menschen auch im Yoga sind nicht gesund, nicht immer, sind vor allem auch nicht immer psychisch stabil. Und darum geht es. Genauso, psychisch stabil, dann brauche ich erdende Nahrung, in die Mitte bringende Nahrung. In Yoga nennt man das Sattva, Sattvige Nahrung, reine, klare, natürliche, gesunde, aus Sicht des Yoga, gesunde Nahrung. Ja, kann man mal sehen, auf dem Vergleich so zu Sportlern, sagen wir Profisportler, die sich ja super gesund ernähren, super Köche haben, bestimmt, super Trainer haben, aber die Fußballer zum Beispiel sind mit 35 schon uralt. Ja. Auch Menschen, die Sport machen, das heißt nicht, dass die dann, wenn sie sich sportlich ernähren, dass die dann auch wirklich bewusst sind, eine Seelenqualität haben, dass sie gut drauf sind und so weiter und so fort. Also immer gucken, was kommt bei dem raus, was man tut und bei dem, was man erzählt. Wie vielfach in der modernen Welt vergisst man eben diese anderen Dimensionen. Und die Nahrung hat eben eine physische Qualität, die ist genauso wichtig. Die seelische Qualität, die Lichtqualität, die ätherische, ich weiß nicht wie viele, eben es da vom Bewusstsein gibt, Lichtnahrung, ja, wie viele Menschen essen immer noch Dosenfutter, nicht nur die Katzen, sondern auch Menschen, so Raffioli-Dosen, da gibt es noch viel zu viele in den Geschäften. Und da ist kein Licht drin. Und dann isst man kein Licht mit und dann leuchtet innen auch nicht so gut das Licht. Und dann geht es eben lichtvolle Nahrung zu essen. Nahrung, die den Menschen auch seelisch-geistig, eben auch vom Stoffwechsel natürlich, in die Mitte bringt. Und nicht aus der Mitte verrückt. So, wo ich angefangen habe mit vegetarischer Ernährung, dann hat man gesagt, das sind die Körnerfresser. Ja, dann war man verrückt, weil man eben anders gegessen hat, wie man es kannte. Und wer sagt, dass man verrückt ist? Vielleicht war man vorher mit der normalen Nahrung verrückt und jetzt kommt man in die Mitte. Und dann scheint es natürlich für die anderen Menschen verrückt zu sein. Man ist anders drauf. Wenn man sich richtig ernährt, wird man allein schon nur durch das Verändern der Nahrung, die man isst, ohne etwas zu machen, man muss keinen Sport machen, Yoga machen, Tai Chi, sonstiges machen, sondern nur, wenn man nur anfängt, die Ernährung umzustellen, wird sich einiges im Leben wandeln. Eben auch, körperlich natürlich, man wird gesünder, man wird schlanker. Und man wird anders drauf sein, anders handeln, anders reagieren, anders leben, emotional anders sein. Das bringt nämlich die Nahrung mit sich. Und so bedanke ich mich fürs Zuschauen, sage einen wunderbaren Abend und bis zum nächsten Mal. Und fast hätte ich mich mehr effects. und jetzt bis zum nächsten Mal. So geht es! Vielleicht gibt es das?! Wenn wir wissen, dann checkenșkirchen.